3, 2, warte, wer macht, wer macht? Der, der, der Jens. Der Jens, zu dir. 3, 2, 1. Willkommen bei GDA 5 Online. Im vollgefüllt Gewürzregal. Mit dabei. Moment, ja, meine Wenigkeit. Der Bene, die Jackie, the best, der größte Logo, das war Unsinn. Ja, ich hab'n Wachs. Nice. Sehr geil. Du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Ey, ich mach das noch nicht mehr. Ja, mach das mal in der Nacht. Okay, ja, das ist gut, nice. Ja, Typ land 3. Das war gut. Und Jackie, 2 Rennen gewinnen und du könntest die Spieleliste gewinnen. Ja, das schon mal. Eiskalt Bene. Eiskalt. Ganz kalt. Was? Ganz kalt. Ich hab den Start verpasst, das ist wie bei Mario Kart. Aber bei Mario Kart gehst du kaputt. Ich hab den Start verpasst, das ist mein Logo. Hä, was? Ich war bei Bene. Ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bene nimmt die erste Bekunft immer so eng, dass er mal an seinem Hupen ist. Hä? Nein. Ich bin voll hier, ne? Ich mein Berst. So, da hinter dir, siehst du ihn? So. Ich sehe den Berst, ja. Ich hab gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh fuck. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Kill. Nein! Das ist heiß. Das ist heiße. Scheiße. Aber Bene, was machst du hier vorne eigentlich? Weißt du, du kannst doch einfach mal gehen. So einfach. Ohoho. Eine Feige. Oh mein Gott. Die Jackie macht's alleine. Die wollte mitspielen und macht's nicht dann alleine. Ja. Alles klar. Selbst ist die Frau irgendwie. Ja. So weiß ich wenigstens, wie es Spaß macht. Ja. Ja, überholt mich doch alle. Machen wir doch. Nicht ganz. Ja, ne doch. Ja, ne doch. Böder. Böder. Ja, ja, ja. Geht mal nicht. Böder. Böder. Alter, bitte. Böder. 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 Das war wirklich krass, ey. Ich hätte nur rauskippen können, das ist aber noch zu weit. Ich hätte nicht rausgefallen. So nett. Oder auch nicht. Jemand nimmt heute, ne? Ohohohoh. Zu mir leid jetzt. Das ist wie Oli. Da ist der Windschatten. Ja. Da hast du ein Logo hinter dir. Nein! Verdammt. Ach man. Ach man. Ach man. Du warst noch. Hä? Du bist weiter. Verdammt! Jackie! Stress! Rollst du da? Loll. Mann. Ich werde nicht rein... Alter, gut. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja. Das war eigentlich gerade so mein Plan. Okay. Ich werde echt nicht rein gefahren, oh Scheiß. Mich hat es nicht geballt. Jackie fahr. Ich habe gar nicht geballt, dass ich auf dem ersten bin. Das habe ich gar nicht geballt. Nein, jetzt. Jetzt hat sich jetzt die Punkte von Jackie wieder geholt, die es geklaut hat. Ja. Ja, der kommt. Das war ja Bruchteil hier. Bruchteil. Ach der Bärs macht Stremparty. Nee, er pflückt ein Problem. Und der Stein oder was? Nee, der war gerade ein guter Windchen. Er macht Stremparty. Mhm. Nur doof, dass wir auch nicht aussteigen können. Hm. Aber ich bin Dritter. Aber ich bin Dritter. Aber ich bin Dritter. Passt aber einmal nicht mit dem Bruch. Doch, Vierter? Komisch. Hm. Oha, jetzt wird aber eng hier. Nein, wird überhaupt nicht eng. Kann er mich nicht mehr einholen? Äh, 15 Punkte. Nö. Kann er kriegen, wenn du 0 kriegst. So. Dann geht's. Ich nehme mich auseinander, Junge. Oha. Ja, sie hat ein paar Befugte. Von Mesha. Von Mesha. Oh nein. Oha. Ist es die, wo Schnee ist? Oder ist es die World Wide Mad? Bene. Nass dich überdaschen. Oh, was nehmen wir denn den Mascher? Den Mascherano. Mascherano. Oder den Jester. Oh fuck, welches Autora? Ich nehme Mascherano. Bene? Ist egal. Okay. Das hört sich etwas komisch an Chris. Knatter, knatter. Ist das dick? Wo ist die Dame? Ich bin weg. Wo ist die, wo ist die, wo der hellblaue Ding? Weiß. Wer ist der? Wer ist der? Null. Wuhhohohohohohoh! Fuuck. Fuuck. Wuhhh. Wuhh. Wuhh. Das Ding ist, wenn die ewiger Love Hard ist. Und jetzt wird es losgehen. Jo, wer ist. Oh fuck. Optimal. In optimal Fall. Bleibt keiner liegen Opsala LOL 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 Ich wär beinahe am Unfall vorbeigefahren Beinahe am Unfall vorbeigefahren Am Punkt Ja am Unfall sag ich doch Ich hab noch nicht mal erste Hilfe geleistet Ah Lobo Ja ich bin Unfall das weiß ich Mal Spass 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 Ey nee ich kann sie doch noch überholen wenn ich auf zweiter werde Und sie keine Wunsch bekommen Also die ist los Ok Nein Ey Micha So Nicht so gut Was ist hier? Oh Oh Ah 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 Da Leute Schau Ey was ist Achso Alter Ja Ist das Sonnauf oder Sonnuntergang? Aktuelle Uhrzeit Oh das lässt mich weiter Also Ey willst du mich ficken Ja Von hell Ganz tief Ganz tief Du hast die langweilige Map von bisher genommen Ich find die gar nicht so langweilig Ich hab ne Map von Micha genommen Die kaum gespielt ist und uralt Du hättest die Neuen nehmen sollen Die noch Schnee Genau Ey wir schon Schnee im Sommer Höhö Falco Why Ne Jeenay hatte gesungen aber WTF Fuck Alter Alter Ey Ich komm mit dem Bach Ich bin Aber gut Oh my god Oh my god Nein Nein Ich bin am Punkt von Mannee Man hört immer nur Oh fuck Und dann sieht man unten links Jens ist explodiert Das war nicht Lobo Ah zwei Runden Ja Ja Jackie Was will denn jetzt den Uplander machen Mhm Hier oben bei den Containern Ach im Merzen Ey Bühne Lass mich Wir werden aber Verlust Hey Ey what Was ist das für mich? Was ist das? Oh. Hey, Jackie, um jetzt garantiert verlogen zu bleiben, dann müsstest du ja schon dritte werden, ne? Er ist doch schon drinnen. Ja, dann müsstest du schon dritte werden, um ein Volllogo zu bleiben, ne? Ja. Guck, ich hoffe, du siehst in der Aufnahme, was ich getan habe. Ich schenke es ihm. Wer? Ich, Bärst. Mhm. Wieso? Ich guck dir Jackie zu. Ja, ja, ich hoffe trotzdem, dass du dann in der Aufnahme siehst, was ich gemacht habe. Vorgelassen. Ja, generell als ich jeden vor. Ähm. Eingeparkt. Na ja, also. Du hast jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob das vorgelassen war oder nicht, weil... Eingeparkt. Es war, er hat nicht vorm Ziel gewartet. Nein, es war doch auch einfach nicht so da hergegangen. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab zwar noch keinen Geburtstag, aber das ist richtig cool. Ich hab zwar noch keinen Geburtstag, aber das ist richtig cool. Ach. Das Geld kann ich mir auch sparen. Oh, Logo. Von der Runde. Das Meme ist nur hier so. Ja, dadurch, dass Logo gegangen ist, sieht jetzt jeder seinen eigenen. Möchtest du cool? Machst du das etwa schon wieder? Ja. Ja, das war es jetzt schon wieder. Jo, gut. Das war jetzt schon nicht so lange. Tschüss! Ja, es stimmt. Vorhin ein cooles Rennen. Möhm, ich bin's echt mal. Würst du am hat. Cool. Jens, das machst du öfter? Ja, sehr geil. Vielen Dank.